Die russische Wirtschaft brummt und auch in den USA läuft es nicht schlecht. Es gibt einige Länder, in denen es in der Wirtschaft richtig rund läuft. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Chef-Volkswirt der Netfond AG, mit Volker Hellmeier. Schönen guten Tag, Herr Hellmeier. Guten Tag, Herr Kerscher. Hellmeier, fangen wir mal mit Russland an, beziehungsweise mit der russischen Wirtschaft, über die wir ja relativ selten reden. Wenn man sich jetzt mal das anschaut, die russische Wirtschaft, dann sieht man im kompletten Jahr 2023 ein Plus von drei bis dreieinhalb Prozent. Was ist der Grund dafür, dass es in Russland wirtschaftlich so gut läuft? Nun, es ist eine Vielzahl von Aspekten. Der eine Aspekt ist natürlich, es ist eine Kriegswirtschaft. Das heißt, das facht die Industrieproduktion an, das fährt das Ganze hoch. Das haben wir natürlich auch nicht im selben Maß empfiehlt. Es zur Volkswirtschaft in den USA oder auch bei uns, bei Rheinmetall läuft es ja auch rund. Aber es ist mehr noch. Es ist die Tatsache, dass Russland es geschafft hat, während dieser Ukraine-Krise sich ganz neue Wirtschaftswege im globalen Süden aufzubauen, die also entgegen des Ziels der Isolierung Russlands, das seitens des Westens verfolgt wurde, gewirkt hat. Und dieser Ausbau der Warnströme mit China, aber mit dem gesamten globalen Süden, das gilt für Indien und andere Länder, ist nachhaltig. Der nächste Punkt ist, dass sich durch eben das Anfahren der Wirtschaft, auch der Kriegswirtschaft, die Beschäftigungslage weiter verbessert hat. Wir haben die Arbeitslosenrate bei 2,9 Prozent am All-Time-Low. Das unterstützt wieder die Einzelhandelsumsätze. Und diese Konfluenz führt genau zu der Situation, wo wir heute eben in der Wirtschaft in Russland sind. Und das Erstaunliche ist, dass trotz hoher Staatsausgaben, weil jetzt auch das Wirtschaftswachstum wieder steigt, die Neuverschuldung nur in Bereichen von ein bis anderthalb Prozent liegt. Das ist ein qualitativer Unterschied auch zu dem Westen. Und wir haben ohnehin eine historisch niedrige, oder nicht historisch niedrige, aber extrem niedrige Staatsverschuldung, die liegt um die 20 Prozent in Russland. Das heißt, das Gesamtgebilde wirkt in sich sehr, sehr stabil, auch mit Auslandsüberschüssen zuletzt im letzten Berichtswohnert bei 15 Milliarden US-Dollar. Herr Elber, was ich da allerdings nicht verstehe, ist, also wenn dieses Argument, die Kriegswirtschaft kurbelt, die ganze Wirtschaft, das scheint ja in Russland zu funktionieren, in der Ukraine ja überhaupt nicht. Die Ukraine scheint ja immer stärker vom Westen abhängig zu werden. Und es gibt jetzt jüngste Berechnungen, die darauf hindeuten, falls die Ukraine Mitglied in der Europäischen Union werden würde, würde das 17 Prozent des EU-Haushaltes kosten. Wieso funktioniert das, was in Russland funktioniert, nicht in der Ukraine? Nun, der Unterschied ist der, dass die Ukraine die Waffen des Westens nutzt bisher, zu ganz großen Teilen, und eben selber überhaupt nicht diese Militärwirtschaft hat. Das wird derzeit verändert. Immer mehr Unternehmen produzieren, auch in der Ukraine. Aber es ist eben nicht vergleichbar mit dem Potenzial, aus dem Moskau hier schöpfen kann. Und insofern erklärt das zu großem Teilen eben die Situation. Und der entscheidende Punkt zweiter ist der, dass natürlich der Krieg in der Ukraine ausgetragen wird, mit Schäden an Infrastruktur, was die Effizienz der Ökonomie verhindert, und nicht maßgeblich in Russland. Da gibt es auch Schäden durch Raketenangriffe, aber das ist nicht vergleichbar vom Potenzial her. Ja, von dem Ukraine-Krieg relativ wenig beeindruckt zeigt sich die US-Wirtschaft. Man spricht dort von einem Goldilockszenario, also ein Goldilockszenario ist so die perfekte Mitte in der Wirtschaft. Und die jüngsten Daten zeigen, es gibt also einen starken Arbeitsmarkt, es gibt ein gestiegenes Verbrauchvertrauen, es gibt gesungene Inflationserwartungen. Die Konjunkturdaten scheinen nahezu perfekt zu sein. Wird das so bleiben? Also die Konjunkturdaten sind fantastisch, die Strukturdaten nicht. Wir erkaufen uns das Ganze mit Haushaltsdefiziten von 6 bis 8 Prozent. Also um das einfach nochmal auch in einen Kontext zu setzen, wir packen 6 bis 8 Prozent der Wirtschaftsleistung rein, um am Ende 2 Prozent rauszuholen. Das ist nicht wirklich gesund. Aber wenn wir jetzt rein auf die Konjunkturdaten schauen, vollkommen richtig, dort läuft es nahezu perfekt, Preisdruck nimmt ab. Wir werden im Laufe der Woche ja noch Verbraucherpreise und Erzeugerpreisdaten bekommen und die sollen auch weiter in der Tendenz rückläufig sein. Inflationserwartung jetzt runter, deutlich runter. Und dass die Wirtschaft läuft, sie läuft nicht rund, der Immobiliensektor läuft nicht rund, Einzelhandel läuft auch nicht wirklich gut, aber die Gesamtwirtschaft läuft mit einem Wachstumspfad um die 2 Prozent. Und da werden dann eben auch die Vorteile der USA deutlich, sie haben günstigere Energiepreise als wir in Europa, sie haben Versorgungssicherheit, sie können einfach eine andere Gestaltungspolitik machen, auch mit dem IAA-Programm, um Investitionen anzureizen für die USA. Und das funktioniert. Und diese Dinge führen dann eben zu Wachstum, am Ende auch zu mehr Beschäftigung, auch zu qualitativ hochwertiger Beschäftigung mit den Investitionen, die insbesondere aus Europa und Taiwan in die USA gezogen werden. Während sich ja Europa insgesamt eher etwas schwer tut, ist, wenn man auf Großbritannien schaut, scheint man den Eindruck zu haben, der Brexit scheint diesem Land und dieser Wirtschaft richtig gut getan zu haben. Es liegen eigentlich innerhalb von Europa die besten Konjunkturdaten in Großbritannien vor. Warum? Aktuell ist das so, aber wenn wir uns längere Zeitraume anschauen und die Welt hat dazu einen wunderschönen Artikel gebracht, 15 Jahre verplempert nach dem Motto, aber in der aktuellen Lage müssen wir sagen, Großbritannien liegt vorne. Wenn wir uns die Industrieproduktion anschauen, im Jahresvergleich plus 1,5 Prozent. Wir liegen hier in der Eurozone im letzten Berichtsmonat bei minus 6,9 Prozent. Das sind Unterschiede unglaublicher Form. Wenn wir uns das BIP anschauen in Großbritannien, war im letzten Berichtsmonat ein Wachstum im Jahresvergleich von 1,5 Prozent zu verzeichnen. Und wenn wir dann gerne Europa schauen, wenn wir insbesondere gerne Deutschland schauen, dann sieht man, dass die Situation eben sehr viel prekärer ist. Mehr noch, wir hatten jetzt in der letzten Woche auch eine Nachricht von Premier Sunak auf einer Investitionskonferenz. Großbritannien kann nach meiner Kenntnislage ohne Subvention, darüber wurde nichts geschrieben, Investitionen in der Größenordnung von 34 Milliarden Euro in das Königreich lotsen, zum Beispiel von Microsoft, von Iberdrola, aber auch von anderen Investoren. Und das macht nochmal den Unterschied, insbesondere zu Deutschland, deutlich, dass es eben an den Rahmendaten hängt, wo Investitionen hingehen. Es sei denn, man kann sie kaufen, siehe Habeck, Halbleitergeschichten mit 10 Milliarden Subvention. Jetzt habe ich versucht, dieses Interview mit Ihnen zu führen. Und diesmal an Deutschland und an der Wirtschaftspolitik und den Rahmendaten hier vorbeizukommen. Klappt nicht, ist auch gut. Die Situation hier scheint ja immer schwieriger zu werden. Das zeigt sich jetzt ja nicht nur an den Haushaltsberatungen. Ja, und was wir sehen, ist, die Haushaltsberatungen sind eigentlich ein Kumulationspunkt. Wenn wir einen SPD-Parteitag sehen, wo man noch mehr Sozialstaat will, dann kann ich nur eins sagen, dann ist für mich die kritische Masse innerhalb der Regierung, um hier zu nachhaltigen und zielführenden Lösungen für Deutschland zu kommen, ist das sehr dünn. Wir haben in der letzten Berichtswoche gesehen, Industrieproduktion unerwartet, deutlich rückläufig, Auftragseingänge unerwartet, rückläufig. Es gibt immer mehr Warnsignale. Und wenn wir eine Regierung haben, die am Ende sich selber lehnt, weil die Agenda der unterschiedlichen Parteien überhaupt nicht mehr zusammenpasst, dann bedarf es eines Neuanfangs und einer Neuorientierung. Und das bietet der Begriff Verantwortung gegenüber dem Souverän. Was hier in Deutschland passieren muss und was 2024 passieren muss, das werde ich mit Ihnen, Herr Hellmeier, im nächsten Interview hier auf diesem Kanal besprechen. Wir hören uns vor Weihnachten noch einmal. Und an dieser Stelle vielen Dank erstmal für dieses Gespräch. Volker Hellmeier war das, der Chefvolkswirt der Netfunk AG. Vielen Dank.